Wollen wir jetzt wieder zum Bauplatz oder? Ist ja die Frage, wenn wir da, ob wir da den bauen wollen, wenn ja jedes mal dann Action ist. Oder wenn wir alle nach Nordwest gehen. Da sind so mehrere tektonische Platten eingezeichnet, aber hier im Norden, im Nordosten, da ist noch so eine kleine Stadt oder was das ist, oder so ein Gebäude. Nordosten, ja. You have found a snake egg. Nice. Ja. Einen Schlangenei. Ja, gehen wir erstmal Richtung. Warte mal, irgendeine Haus. Hier markiere ich mir erstmal ein. Hier gibt es. Ich, 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 ich. Weefell. Wo willst du bauen? Hier oben draus. Ne, vielleicht können wir da, da drüben bauen, wo die freie Fläche ist, wo die paar Bäume da stehen. Ja. Oder? Oder ist das zu nah am Wasser? Oder auf der Insel da hinten? Also, ne? Ja. In nem Cap, glaub ich, ne? Ja, das ist jetzt auch das Ding. Wir müssen jetzt auf jeden Fall in den Berges bauen. Nein, nein, nein. Ich komme noch gerade grappen, Alter. Holy shit. Ich bin runtergeschwommen. Da, Alter, krass. Ich komme hier noch gerade zu grappen, weil da auch immer so ein Loch war. Aber hier ist doch ein ganz normaler Weg. Ich mag es extrem. Extrem ist mein zweiter Vorname. Jetzt entfernen wir uns halt wieder weit von, von diesem Schwefel, ne? Bis dann haben wir wahrscheinlich, ich hoffe mal, dass wir irgendwann ein Reittier haben. Ja. Aber der Vorteil ist, wenn du mit der Karte bist, brauchst du noch überall hin Gleichklang. Ja. Das stimmt. Bist du jetzt runter? Was willst du denn jetzt? Oder wo? Ich hab dich irgendwo gehört gerade. Bist du noch über mir? Ich weiß nicht, wo du bist, Alter. Du musst das doch hinter mir sein, oder? Bist du an der Klippe? Bist du oben, oder bist du am Strand? Ich bin oben. Okay, warte mal, dann bist du wahrscheinlich hier oben. Hier ist ein Geiernest, Alter. Na? Ein Geiernest, Alter. Pass auf, der Geiernest. Jetzt seh ich dich nicht mehr. Hä? Das ist ja eigentlich genau vor mir sein. Jetzt sind aufgesammelt. Hier sind Geier. Ach, da bist du. Von der denn her war irgendwie unsichtbar. Der Geier? Hm. Holy Shit. Arke Kond, Junge. Ist du jetzt runtergegangen? Ja. Ich will da rüber aufs Plateau. Was sind das hier für Hündchen? Hygiene. Da kam gerade irgendein Horn. Oh, hallo. Hygiene. Hier ist doch gut zum Bauen, oder? Was denkst du? Oh ja. Können wir eine richtig fette Mauer drum bauen? Ja. Eine Borg. Das sind Spinnis. Spinnimini. Gibt es hier denn auch Stein und Eisen und so? An den Felsen da vorne, an den Klippen, ne? I think. Oder in die Richtung. Da sind ja auch ganz viele Steine und so. Hm. Lass uns mal eben das Plateau hier angucken. Ne. Plateau an sich hier ist ja nicht schlecht von der Größe her, ne? Relativ eben. Also relativ eben. Mhm. Ich baue mal hier schon mal zwei Betten. Viel Platz. Hier sind Steine, jede Menge. Bad Iron ist meine Frage. Hier sind auch Steine. Aber wir laufen heute nach Westen. Sonst. Aber. Ja, lass uns erstmal gucken. Nach West. Spinnen. Die sind glaube ich auch wichtig für Seide, ja. Die sind easy. Dafür sind schwerer jetzt. Okay. Dann. Wow. Level up. Boah, da verstecken die sich alle im hohen Gras, ey. Holy Ship. Mhm. Was ist das denn hier? Eier? Spinnen-Eier? Die sind Spinnen-Eier. Hier ist auch ein Dunion. Okay. Hier ist auch Iron, Spinnen-Eier. Wo musst du denn jetzt? Ich bin hier am Ende der Klippe. Hier sind auch immer Spinnen. Hier ist ein Stück Schwefel. Hier sind Kristalle unten drin. Hier ist eine fette Spinnen-Mama. Das wird jetzt rechts von mir sein, ja. Ja. Ich bin neben dir. Dahint ist der Dunion. Ist das da Eisen? Oder was sind das da für Eier? Ne, das sind die Spinnen-Eier. Ah. Oh ja, hier ist richtig spinnwebiges Spinnenweben-Gebiet. Richtig erkannt. Dahint ist ein altes Schiff. Mhm. Schiffi. Mhm. Flurschrein der Schlange, ja. Hier ist auch wieder Spinnen-Gebiet. Ja. Bist du jetzt hier schon rüber gegangen, oder was? Ich bin schon ein Stück weitergelaufen, ja. Ich dachte, du folgst mir. Ich habe gerade auf der Karte geguckt. Ah, okay. Sorry. Ich weiß jetzt nicht, wo wir... Man muss nach links laufen, quasi. Ja. Ich muss hier erstmal irgendwie die Klippe runterkommen. So, vielleicht... Was kriegt man denn aus den Spinnen-Eiern Seite? Keine Ahnung. Kannst du auch nichts mehr tragen? Ich... Ja, ich nehme jetzt auch nichts mehr mit, weil... Ja. Ja. Nur Spinnen, Alter. Heftig. Was, dass wir noch keine Baby-Tiere entdeckt haben? Ja. Ich folge deiner Leichenspur. Hier ist mir das alles ein bisschen zu tektonisch mit auf und ab. Ja, deswegen will ich ja weiterlaufen noch. Ja. Ja. Ich will irgendwie ein Spinnengebiet bauen. Da ist mir Lust zu. Ich mal wüsste, wo... Da. Boah. Holy Guacamole, ey. Ultraviele Spinnen. Hm? Ultraviele Spinnen. Ja. Die haben ja einen Keulenschlag mit, ey. Sorry. Was denn hier oben? Hier oben sieht auch schon wieder ganz komisch aus mit den Stein da. Stone Age. Stone Age. Ist das nicht Stonehenge? Stonehenge, habe ich doch gesagt. Hast du doch schon Stone Age. Also, wie gesagt, ich mag Käse. Ja. Okay. Diese Kiste auf jeden Fall. Kann ich nicht mehr tragen. Ich habe es mitgenommen. Oh, ein Elefant. Ey. Einen Streitkoll im Elefanten. Ist ja witzig. Aber der hat nur Baby, ne? Anscheinend. Ah, bisher noch nicht. Okay. Okay. Vielleicht wenn wir irgendwie die Richtung laufen, da kommt nochmal so ein Plateau. Da ist auch ein Gebäude drauf. Oh, was findet ihr? Kleiner Boss. Für wen ist das ein Boss? Für wen? Schwefel hat der auch gehabt. Dämonen-Kristall. Dämonen-Saft. X-Elefanten sogar. Ruhig. Lass das, lass das bitte. Hat einfach Bock. Alter, scheiße. Tot? Ne, ne, noch nicht. Aber der Elefant ist dead, Alter. Aber kam da drei Stück, ey. Digga Haut, Stoßzähne, holy shit. Hier ist ein Plateau. Ja. Ich weiß nicht, wie das ist. Wie das aussieht mit... Weil die Elefants ja hier sind und... Finde ich jetzt nicht schlimm. Ich weiß nicht, ob die dann weg sind. Also hier in diesem Plateau sind ja keine Elefants. Hier, wo ich jetzt bin, meine ich, ne? Äh... Ja. Hier dachte ich vielleicht. Ja. Ja. Nebenan ist quasi ein Wald. Mhm. Sieht schön aus. Da ist auch wieder irgendein Gebäude drin anscheinend in dem Wald. Aber hier wäre eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, wo du jetzt bist. Ich bin neben dir. Ja. Ich weiß nicht, wie das ist mit Iron und Stone und... Mhm. Aber im Prinzip, ja. Kann ich eh so viel tragen. Wir sind da... Dahin, wo ich gucke, ne? Da sind Menschen. Ich seh dich grad nicht. Warte. Da sind Menschen, okay. Ja, aber erstmal würde ich hier was kurz bauen. Ja, da können wir die... Könnten wir dann knüppeln. Ja. Stimmt. Für... Als... Als... Als Xlavinates. So. Hol den Vorschlag, Hammer. Äh... Gebäude. Heule. Ich kann Strohdecken bauen, aber ich kann nix mit Stein bauen. Ja, warte mal. Mir baust du... Wie wär's denn hier in den... In dieser Senkel hier. Hier mit diesem Felsen noch. Oder auch. Guck mal gerade. Weil hier sind auch keine Tiere irgendwie. So gar keine. Da hinten ist... Da ist Eisen. Kohle und Eisen. Ja. Hier wird's. Hier wird's. Hier wird's, sagt er. Hier wird es. Und dann auf dem Turm oben... Äh, auf dem Felsen oben noch so ein Turm. Das mag ich. Hier ist überall Eisen in der Runde. Auf jeden Fall. Und Stein auch genug. Eigentlich. Mhm. Nice. Okay. Und dann kommt hier erstmal... Hier so ein... Da ist ein Pferd, Junge. Holy shit. Hier sind Pferde. Nimm mit, wenn du kannst. Und das Fohlen? Das ist schon ausgewachsen, ne? Kann ich mitnehmen? Dann kann ich mitnehmen. Ich habe jetzt zwei in der Tasche. Nice. Hier geht ihr da. Achso, ich dachte, du wolltest am längsten bauen. Okay. Hm? Das ist erstmal ein bisschen eine größere Hütte. So vielleicht. Nein. Ja, so reicht erstmal. Dann würde ich hier... Zack. Ende. So. Und was wichtig ist... Gischt. Oh, jetzt anscheinend Holz. Ah, okay. Holz habe ich auch nicht. Ha! Da platzt die Eiche auf einmal vor mir. Ha! Ha! Dein Magen knurrt. Oh. Dein Magen knurrt. Hm. Habe ich nicht hier noch irgendwo Futter? Mehrlagiges Fell. Seltenes Gewürz. Ist auch wieder einfach irgendeine Fackel und Kisten. Ach, hier sind auch deine Menschen, die du... Die kämpfen gegen Skelette. Meine Menschen sind das noch nicht. Hier ist leider schwarzes Eis. Direkt in der Nähe. Ja, wir haben glaube ich eine gute Wahl getroffen. Werde ich jetzt hier schon... Achso, ich werde schon abgeschossen. Sie bekriechen uns. Jetzt schon, wir sind doch geiles Nachbarn geworden. Hier kommt auf jeden Fall eine dicke Mauer hin, Alter. Die gefälle Mauer, Alter. So. Haben wir schon Kisten? Nö. Ich baue mal welche. Wie du gesehen hast, ist unsere Wand gewachsen. Mhm. Fehlt mir. Ich mache hier erstmal so ein bisschen Storage. Hm? So gesagt. Ich mache hier jetzt erstmal ein bisschen Storage. Ich mache jetzt noch ein paar Bäume. Also Kisten. Hier kommt der ganze Müll rein. Zack. So. Ich komme mal wieder zurück. Glaub ich einen ganzen Wald in meiner Tasche. Mhm. Das ist geil, wenn man einen nicht viel tragen kann, oder? Ja. Ja. Das schockt. Kisten habe ich tatsächlich mitgenommen. Hast du mitgenommen, die Kisten, oder? Kissen. Kissen. Eufelkriegsbemalung. Kann sich doch bestimmt irgendwie auch bemalen. So, oder was? Ah. Einfach ausrüsten. Du musst uns irgendwie aufteilen, Alter. Hm. Du kannst ja hier, wenn du Bock hast, die Base in... drin bauen. Ich würde mich um eine Mauer um Zug kümmern. Gerade die ganzen Punkte erstmal hier. Achso. Hier, warte mal. Hast du schon ein Bett? Ich habe 167 Punkte irgendwo. Hier nochmal ein Bett hingeworfen. Perfekt. Größer Christen. So. Ich habe am ganzen Punkt erstmal ausgegeben. Das kann ich bauen wie ein Wellmau, ich sage mal. Geil. So. Was wollte ich jetzt bauen erstmal? Gefährten. Ich wollte eigentlich, äh, ein Tierfährchen. Können wir nicht. Äh, einen Stall brauchst du für die Pferde. Kleiner Tierfährchen. Ställe. Okay. Da brauche ich einen Ziegel für. Okay. So weit sind wir noch nicht. Dann machen wir jetzt erstmal das ganz normale, ne? Ja. Soll ich die Öfen im Inneren passieren oder draußen? Äh. Kannst du auch draußen machen, oder? Kannst du auch draußen, ja. Dann haben wir so eine Schmiede-Ecke hier, würde ich hier machen. Ja, genau. Das müssen dann sowieso jetzt, müssen immer so Ecken sein. Von Erberei, von Schmiede und, dass man immer so Bereiche hat. Ja. Das will ich ja machen. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch... Achso, scheiße, warum ich den denn nicht gebaut? Macht gar keinen Sinn. Achso, weil ich keinen Dingsen habe. Du willst erst mal Stein schmelzen, jetzt sehe ich gerade. Mhm. Heißt, den erstmal öffnen. So. Muss erstmal Holz rein, Brennstoff. Immer aufhören die ganze Zeit rumzuschreien, Junge. Herrlich. Stein, Stein, Stein. Habe ich da irgendwo Stein? Holz. Ich habe zu viel im Winter, ich sehe das glaube ich gar nicht mehr. So, ich koche mal hier ein bisschen was. Mach Steine? Muss ich mal wieder holen. Ja, ich muss gleich noch ordentlich was holen. Ne, ich habe tausend Steine noch im Mittwoch. Ja. Brauchen doch Öfen, also Steine schneiden, wenn wir Ziegel kriegen. Ja, ne? Einen Ofen einfach. Einen Schmelzofen, ja. So the way to go. So the way to go, ne? Ja. Cool. Ähm. Gut, können wir jetzt mal lassen, die normalen. Ich kann irgendwie auch schon die verbesserten Öfen bauen. Jetzt hätte ich die nicht gleich platziert und die anderen abgerissen. Aber wenn das keinen Unterschied macht. Die verbesserten? Ja. Die sind halt schneller einfach, ne? Ja, dann baue ich die gleich. Muss halt gucken, am Anfang müssen wir halt, die sind halt ein bisschen teurer, glaube ich, ne? Ja, wir müssen aber erstmal Ziegel, ich muss erstmal Ziegel generieren. Ja, genau. Sonst kann ich nämlich gar nicht bauen erstmal. Aber hier ist auf jeden Fall jede Menge Stein und Eisen in der Nähe. Stahlsichtlin auch schon gefunden. Gusstisch, dafür brauchen wir Eisenbarren anscheinend. Anscheinend, okay. Richtig rohe Eisen, ne? Nicht so aus. Ganz bisschen. Mh, 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 mh. Mh, mh, mh. Mh, 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 mh. Halt, ey. Fass die ganzen Kisten schon voll, ey. Mach schon diese verbesserten Kisten bauen. Mh, kann man das nicht hier irgendwie... Ja. Oh. Mach schon mal 17 Ziels. Nice. Hier ist die Schmelze von Mordor. Mordor. Atomier. Ja. Digga, ich hab so viel Leder in meiner Tasche. Das ist unglaublich. Ja, ich auch, ey. Da müssen gleich die Gerber erstmal ordentlich arbeiten. Ja, die muss gleich holen von drüben, von den Nachbarn. Ich hab doch noch Stein, hab ich ganz überwählen hier. So. Hast du schon Eisen reingehauen irgendwo? Ja, bin ich schon bei. Kannst du noch viel mehr schmelzen bauen, ey. Ja. Ein Gerbertisch. Machen wir mal auf die andere Seite. Ja, ich weiß auch, ich will die Verbesserten bauen, wenn ich dann bauen will. Ja. Ein Gerbertisch euch schon mal gebaut. Ich mein ja auch, du kannst ja trotzdem noch mehrere von den Kleinen bauen und die sind dann einfach immer nur zum Ziegel machen und die Verbesserten für Eisen. Wir auch, ja. Oh, das krasse Camp hier. Die sind ja nur am Feiten. Hä? Hä? Mhm. Auch Rinde bräuch ich. Rinde? Mhm. Merinda? Melinda? Wer greift mich schon wieder an? Bewohner dieses Dorf ist anscheinend. Mhm. Wir haben eine lustige kleine Hütte. Mit Zeit, dass wir in unserer Links über ... Hütte arbeiten. ... eingehen. Schütze Level 1 Komm her So Hier hat jemand gefangen In ihrem Käfig Oh, es kommt einer an Hallo, ich will mit dir nicht kämpfen Was ist das? Ich will dich keulen, wenn dann Keulen So, Bau Treppen Ingenieur Ich bin Ingenieur Aufzüge Später müssen wir dann gucken Dass wir das aufteilen Weil man ja Steinnmets Geselle Das jetzt nicht genommen Strandgut Muss einrasten Okay 35,5 35,5 Achso, genau, andersrum, wir brauchen mehr Holz Und die mehr Stein Steinmetzgeselle Zack Du hast zum Beispiel noch was zu trinken? Durst? Ja Durst So trinken habe ich leider nichts Anscheinend kann ich nichts trinken Warum auch immer Hast du nichts im Inventar? Meine Dings sind nicht mehr voll Meine Kehle ist schon ausgedörrt Guck mal, gibt es irgendwie einen Brunnen oder so? Einen Brunnen, ja, glaube ich schon Oder immer Ja Brunnen Kannst du ja mal lernen Hab ich, glaube ich, schon gelernt Muss nur gucken, wo der ist Beanstalk Fischfalle Malstein Alchemie Wo ist der denn? Was für die denn? Dekoration Da, Brunnen Der braucht Ziegel 60 geformtes Holz 50 Teer Dann lassen wir das Dann muss ich eben Zum Wasser laufen Wo ist denn mein Ringstrahl Hier Ich glaube dieses Festmahl Was ich dir mal gegeben habe Wenn du es noch hast Es gibt auch Essen Und Und Trinken, glaube ich Ja Essen ist voll Deswegen Achso Hat unsere Nachbarn nicht Wasser irgendwo? Nicht, dass du verdorscht ist Hat unsere Nachbarn nicht Wasser? Ist nicht drauf geachtet Die werden von einem Skelett angegriffen Die haben die ganze Zeit da Irgendwas Da verliert noch ein Fluss Oh, der noch nicht Ist das weit zum Wasser Holy shit Wo gehst du denn hin? Ach da Ja Das heißt, wir brauchen schnellen Brunnen Ja Das Schrein abbauen Und dann können wir da Ja, dieses geformte Holz machen Ach, jetzt auch Schwefel GG Ich bin gleich mit Klasse War ja nicht viel Schwefel Da ist man wieder hochkommen Ich hab die alte Schmugglerroute entdeckt Die alte Die alte Dachte ich's mir doch Mach dir keine Sorgen Hier im Fluss ist auch Schwefel Geil Zwar nicht allzu viel Aber hier ist was Jetzt fünf oder sechs Die sind Stalagniten da abgebaut Oh, hier sind wieder ein Fohlen Zwei Stück Ich hab schon zwei im Rucksack, ne? Aber guck, brauchen die vielleicht Leibeigene brauchen die auch irgendwann Naja, die Welche Also In dem anderen Teil ging das auf jeden Fall leider nicht Die sind einem immer so hinterhergerannt Jetzt nix Ich brauch Holz Holzer Holzer Habt ihr hier vielleicht ein Elefantenbaby? Also eigentlich ist es ja so, dass man die töten muss Boah Was? Hab mir vorhin mitgegeben, ey Mr. Elefantmann Elefantmann Ich geb mal den einen mit Und dann Spawn hier langsam auch mal kleine Das sieht jetzt hier erstmal nicht so aus Da hast du ein T-Jean Hm Ich hab leider keine Babys für dich Ich hab leider keine Rode für dich, ey Ich hab leider keine Rode für dich 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 Ich hab leider keine Rode für dich